Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin nicht mehr in meiner Arbeitsmontur. Das liegt daran, dass ich extra bis heute Abend gewartet habe, bis es ein bisschen dunkler ist und ihr hier im Intro als mal die Lampe sieht. Das werden wir heute bauen. Ich werde euch zeigen, wie ich das Teil gebaut habe, wie ich die Elektronik unten versteckt habe und und und, wie wir hier dieses ganze schöne Holz zusammenleiben. Darum geht es heute in diesem Projekt. Es wird noch weitere Nahaufnahmen von dieser coolen Lampe am Schluss vom Video geben. Die wird es jetzt aber ausnahmsweise am Anfang mal noch nicht geben und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbauen, beim Anschauen und vielleicht beim Verschenken jetzt bald an Weihnachten. Alles beginnt natürlich mal wieder mit dem Holz. Das wird auch in diesem Fall wieder ein schönes Massivholzprojekt und ich werde einfach ein paar Reste aufbrauchen. Ich werde es mir jetzt einfach mal zurechtlegen und schauen, was ich daraus schönes machen kann. Wie ihr seht, auch in diesem Fall wird das wieder ein richtig farbenfrohes Experiment bzw. Projekt. Wir haben hier Buche. Das ist Buche. Das hier ist Walnuss. Wir haben hier Rubini oder auch falsche Arcade genannt. Dann haben wir hier Meranti. Eiche haben wir auch da. Eiche ist immer interessant. Je weiter es vom Kinn weg ist, desto heller ist es offen. Das hier ist nämlich zum Beispiel die Idee. Hoppla. Ein bisschen dunkler als die Eiche. Let's use the table saw. Ihr seht jetzt hier die ganzen Streifen, die ich zugeschnitten habe und ich habe sie jetzt so zurechtgelegt, dass ich eine breitere Paneele als 30er habe. Denn 30 soll das Ding später breit werden und hier die sind jetzt ungefähr 35 breit, aber da holen wir auf den Stirnseiten ja noch einiges weg. Wir werden jetzt erst die ganzen Bretter auf eine Ebene dicke hobeln, damit wir später noch gleichmäßiger zusammenleiten können. Das ist das erste, was wir jetzt machen. Eie, schwimmen wir jetzt Domino oder was? Dich? Ja, die Belödem? Ja, das ist das Gerai. Das ist das Gerai. das ist schon wieder so geile musik now comes the magic moment of truth so ich habe jetzt gerade gesehen dass ich diese teile zugeschnitten habe und das ihr seht mich gar nicht und das habe ich an meinem schiebeschlitten gemacht und ich denke das besondere in diesem fall ist dass ich nicht fest gespannt habe ich habe sondern nur mit extrem schweren gewichten beschwert das waren 15 knapp 15 kilo die dann hier auf dem brett gelegen haben und das hat gereicht damit dies schneiden konnte das blatt war aber auch so gut wie neu und wenn ihr sowas nach macht müsst ihr echt aufpassen dass es euch nicht weg schmeißt ich habe jetzt auf jeden fall jetzt zwei ganz identische form und die schnittkant ist auch super cool und da soll ja eine led reinkommen und diese led werde ich später auf ein stück multiplex schneiden und das bedeutet dass wir jetzt hier ein stück multiplex haben wundert euch nicht hier sind überall klebetropfer drauf darauf habe ich mich schon ganz viele stifte hergestellt schleife ich später einfach runter und das hier werden wir uns jetzt irgendwie mal zuschneiden dass wir da später manierlich ein klebensstreifen drauf bekommen werden wir jetzt in diesem fall einfach die komplette form im prinzip abpassen auf das große brett hier unten drunter jetzt brauchen wir noch ein bisschen abstand innen und das mache ich jetzt einfach hier mit meinem genial mal die rückblende erklärt also gerade der tellerschleifer So, ihr seht hier unsere schöne Multiplex-Form und ich habe gerade noch am Tellerschlafer hier diese Spitzenkanten abgerundet, damit dann unsere LED-Stripes später besser um die Rundungen sich legen können. An den Spitzen würde das einfach blöder aussehen. So, ich habe mir jetzt gerade hier diesen Stammfuß hergestellt und in diesen Fuß möchte ich eine Nut reinmachen, in die dann später hier im Prinzip mein Brett rankommt, an dem auch die Lampen festgemacht werden. So, jetzt drehen wir einfach das Teil, machen die Fräsungen nochmal. Ups, ihr seht, ich habe jetzt leider bei der Nut ein bisschen verkackt, weil ich die zu breit gemacht habe. Ist in dem Fall aber zum Glück jetzt nicht ganz so tragisch, weil man das später nicht mehr sehen wird. Hier unseren Hauptträger werden wir hier reinsetzen und später werden wir dann durch die Platte die beiden Fronten verschieben. Hier seht ihr jetzt, so wird dieses Hauptträgerteil später hier drin stehen und jetzt muss ich mir noch überlegen, wo ich die Stromanschlüsse hin mache und wo ich einen Punkt mache, wo dann dieser Empfänger rausschaut. Wir sehen jetzt hier, das hier ist so das Netzteil und der Empfänger und ich habe das hier aus dieser Verpackung gelöst, denn die trägt mir zu sehr auf. Und hier sehen wir den Stromanschluss und das hier ist ganz wichtig, das Teil hier müssen wir irgendwo so hinlegen, dass man es nicht unbedingt sieht, aber dass das hier nicht verdeckt ist. Denn das ist glaube ich Infrarot, was man mit einer Fernbedienung dann steuert. Also dann steuert man halt die verschiedenen Farben. Und hier ist halt auch noch der Anschluss. Hier wird diese Platine in etwa hinkommen und normalerweise würde ich das jetzt an der Säulenbohrmaschine bohren, aber weil die bei mir im Moment kaputt ist. Ich mache jetzt mit dem Akkuschrauber. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass ich das mit dem Forstnerbohrer, dass ich jetzt kein Loch hier mit der Zentrierspitze durchhau. Deswegen hole ich mir die Oberfläse und mache das ganze plan, denn ich brauche noch ein klein wenig mehr Tiefe für diesen Schalter. Jetzt fangen wir mal an, alles zu schleifen und dann zeige ich euch gleich, wie wir es zusammenbauen werden. Ich habe jetzt hier meine gute alte Metalloberfräse geholt und habe einen 45 Grad Fräser eingespannt und werde jetzt einfach mal eine Faser ranfräsen. Das soll da eigentlich ganz cool ausschauen. Und ich werde mich da einfach ans Maße ranarbeiten, dass ich eine schöne Faser habe. So, als nächstes werden wir mal anfangen, das Teil zusammenzubauen. Und das ist eigentlich relativ einfach und... So, bin ich verkackt. Ich möchte als erstes das Multiplexbrett festschrauben und dafür würde ich mir hier zwei Löcher durchbohren, damit ich weiß, wo die Bohrpunkte wird. Ich habe in dieses Unterbrett, seht ihr ja, so ein paar Schlitze gebohrt und gefräst. Und wie wir es später verkraben, werde ich euch eh zeigen. Das ist ja einfach nur so ein Plug-and-Play-System. Und ich habe jetzt hier noch den originalen Anfang von diesem LED-Streifen und den werden wir jetzt mal passend da reinsetzen. Und ich möchte, dass hier dieses ganze Zeug unten in dem Brett verschwindet, damit wir eine gleichmäßige Lichtfuge haben. So, dieses Teil hier durch. Ja, das passt so. Schnipp, schnapp, und das Gerät ist ab. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier dieses Teil einfach hinter das Multiplexbrett geschraubt wird. Und in dem Fall können wir es auch nur reinschrauben, denn die Schrauben werden wir ja dann später eh nicht sehen. Und dafür werden wir jetzt erstmal ein paar Löcher vorbohren, um das hintere Teil festschrauben zu können. Da ich diese LED-Streifen hier schon benutzt habe, muss ich die jetzt auch wieder mit einem anderen Kleber festmachen, als der Kleber, der unten drunter vorher drauf war. Wie gesagt, die Streifen waren vorher in meinem Bus. Jetzt habe ich sie dann nicht mehr drin. Und ich klebe sie jetzt einmal mit Heißkleber fest. Ihr habt jetzt grob gesehen, wie ich die Elektronik unten festgemacht habe. Das ist alles nichts Wildes. Schaut einfach, dass die Kabel einigermaßen gut sitzen. Und jetzt werde ich mir hier noch vier Füße unten reinschrauben. Das mache ich damit, einfach diese ganze Lampe ein bisschen weicherer auf dem Boden steht. Ich werde jetzt auf dieser Seite mal das Finish anbringen, denn die Lampe ist schon so gut wie fertig. und diese Seite hier konnten wir ja drauf schrauben und die andere Seite werden wir gleich drauf leimen. Und ich werde auch hier wieder, wie mittlerweile jedes Mal, mein eigenes Finish holen. Das ist wirklich grandios, wie man mit ein bisschen Finish das Holz anfeuern kann. Wirklich toll. Ich werde jetzt hier als die Innenseite mal wachsen, aber wirklich nur die Stellen, die man später sehen wird. Denn die anderen Stellen darf ich nicht wachsen. Da kommt nämlich noch gleich Holzleim drauf. Und jetzt positioniere ich das einfach gleich wie das andere Stück. Und spanne es fest. Mit Schraubstühlen, die ich noch nicht geholt habe. Ich nutze auch hier in dem Fall wieder diese Schnellspanner. Einfach, weil man hier auch nicht so mega viel Druck braucht. Und das einfach schnell und einfach geht. Super. Und dem gebe ich jetzt so 20 Minuten Zeit zum Trocknen. Das soll dann doch schon reichen. Autotune ist am Start. So, die Lampe ist fertig und im Hintergrund seht ihr auch ein paar coole Daraufnahmen, wie das Ding bei einem dunklen Licht aussieht oder bei Nacht. Und ich bin richtig happy mit dem Ergebnis. Klar, dass hier ist keine Lampe, die dazu gedacht ist, um viel Licht zu machen. Die ist einfach gedacht, um schön auszusehen. Und ich denke, bei Tageslicht sieht sie schön aus mit dem ganzen tollen Holz. Und wenn es dann dunkler wird, sieht sie auch schon aus wegen diesem coolen indirekten Licht. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du sowas schon gekannt hast. Ich habe mir die Idee im Internet abgeschaut. Da habe ich sowas ähnliches gesehen und habe mir gedacht, das kann ich noch ein bisschen pimpen auf meine Art und Weise. Natürlich mit schönem Massivholz. Und das soll es hier heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, dass du so lange am Video drangegeben bist. Und ich sage bis zum nächsten Projekt einfach mal tschö. Tschö mit Öl, ne? Boom, yeah. Bis zum nächsten Mal! walk out! tunes . Bis zum nächsten Mal.